Es gibt jede Menge Cell-Aktivität auf den Straßen beim Gefechtsstand. Die haben wohl Schiss vor den ZEW. Gehen Sie weiter Richtung Kirche. Ich helfe Ihnen, die Sicherheitssysteme auszutricksen. Entfällt mir Ihre Cell-Manotech-Anlage. Dringe in den Cell-Gefechtsstand ein. Leute, ihr werdet nicht glauben, was ich euch jetzt erzähle. Dieser Hightech-Militär-Schweiß auf unseren Straßen, der gehört nicht. Ich wiederhole, gehört nicht, Onkel Sam. Nein, wir. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Oversight, hier ist Smaragd 1. Mehrere Ceph-Läufer nähern sich Kontrollpunkt Delta. Bitte Unterstützung. Verstanden. Halten Sie durch. Smaragd 3 ist unterwegs. Schau. Maximale Panzerung. . . . . . . . . WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist das? Maximaler Panzerung. 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 Maximaler Panzerung.